die landen hier vorne mit schloss überlegen noch also ich würde eigentlich direkt machen lassen ich wollte heute machen ja naja kannst du jeden spieler nehmen eigentlich da war ein gegner naja wo ist denn da da ist die aus der luft habe ich so genau gesehen aber jetzt da 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 sind hier bei dieser festung und becky landes machen bestimmt macht das ist ja diese ich habe mich auch mal wundert wie man es auch mal hier vorne ist ich habe gerade glaube ich eingesehen richtung schock oder da oben war ein dach ist runtergesprungen sie fetzen ich ficken ich ficken ich habe ihr ich habe Wurde noch beschossen Wurde noch beschossen Wo versteckst du dich? Da unten sind wir Da unten sind wir Da unten sind wir Da unten sind wir Schuss Einfach besser habe ich geholt Ich glaube ich wird einfach besser Einen tot, ein bestätigt Ja Geil Geil Meine Idee, F*** damit Alter Ich will meinen Loot-Out machen Ja, Loot-Out Cool, und auf halt vier Sachen Mach den Laden auf hier Public Event Man braucht einen Stacker MP7 ist die beste Waffe auf der Welt Ja Ich habe den gerade gespielt Okay Wir haben das den Loot hier meiner Ja Aber machen wir nicht Die Ziele sind doch alle Stronghold Ja, komm wir haben das Stronghold Ja, das ist ein Stronghold Die liefst du leider einfach Ja, du hattest du ja 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 Hier ist alles schon Achtung Nice Hier kann man da noch mehr machen Ist doch schon offen Nein Ich komme Ich komme Alle Inhalte gesichert Auftrag abgeschlossen Trotz Komm und Pika Geht euch jetzt zur Sicherheitszone Okay, äh Ich hole mir jetzt erstmal Macht euch mal platt noch hin Kommen wir jetzt erstmal an meine Warte Keine Tasche Ja Kann uns für getragen LNG markiert LNG markiert LNG markiert LNG markiert Und ich noch eine Drohne LNG markiert LNG markiert das ist die haben hier wiederkehren runde gebellt auftrag markiert ich habe noch eine tasche man kann ja auch selbst wir haben immer so okay denke ich so von der richtung her richtig aus wenn ich schon oft für mein weg sein können muss man sagen ich weiß gar nichts hier ist richtig die auftrag machen die auftrage ja die auftrage machen 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 hier ist das ist so nein nimmt es doch mal wieder auf machen 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 ne Ellen ist he das ist man Da hast du kurz gezuckt, direkt gesehen. Der Aim Assist hat angeschlagen. Das Kopfgeld ist da. Die Fetzen. Ich habe noch einen Luftschlag. Ich habe noch zwei Drohnen, wenn man nah dran sitzt. Da ist es nah dran. Nicht, dass ich so nah dran bin. Wir müssen vor hier auf jeden Fall erst mal kommen, würde ich sagen. Das ist der Plan. Vielleicht hier mal auf das Tor weiter. Aber die gehen da links weiter ab. Ach, die gehen da zum Auto, oder? Da sind sie doch schon. Die hauen ab. Die verschwinden, die Penner. Ja. Die hast du ausgestiegen. Unsere Drohne umkreist das Gebiet. Aus hier dem Gebiet markiert. Er wurde weggeschmissen. Ich habe so eine schlechte Position gebraucht. Angriff erfolgen. Ich kann mich hier noch ran drücken kommen? Ist egal. Ach nee, ich kann mich hier rein drücken. Shark! Ach, das ist ja kacke jetzt. Ja, die sind ja da auch. Hier. Präzi trifft mich hier. Wird nicht mal angesagt. Ist ja geil. Ich auch. Zuge kann der Ende auch noch nicht finishen. Hab dich! Hab dich! Oh, die werden jetzt pushen kommen. Ist ja geil. Nee, die haben abkoppelt. Ich auch nicht mich wieder zu. Na ja, aber das auf dem Radar ist nichts. Ich empfehle euch, die Sicherheitszone aufzusuchen. Oh, danke für die Hilfe. Hier mal noch ein Plättchen. Ähm, eine noch, ja. Ja. Na ja, gut, dann gehen wir halt rechts weiter hier. Oder was, keine Ahnung. Mach ich denn. Da, dass die Ausflüge steigen und uns dann wieder pushen kommen. So aggressiv die meisten Fotzen hier sind mittlerweile. Ach. Ach. Der Schlacht ist verloren. Aber der Kampf noch lange liegt. Ja, ich muss gerne noch keine so. Aber. Hier sind sie. Ja, wir gehen hier. Ein deutscher Gegner. Verbündete Drohnen online. Ja, wir gehen. Ja, wir gehen hier. Unser Mörserschlag ist im Anschluss. Feindaktivität. Versuch mal irgendwie aufs Dach zu fliegen. In wen? Oben? Ist das ein Hohiger? Ich bin auf dem Dach. Feind platziert. Nein. Warum ist er denn da? Der ist auf den Treppen? Nein. Nein. Hier kommt er bei mir. Leicht R Stay. Dann entgeht sie. Wenn es überlebt, steigt es wieder hin. Was ist sie noch genau? Ja, ja. Über uns. Also bei dir irgendwo. Was?! Da drin, da dritter drin, da drin. Also, dass der nicht down war, ey. Prezi, David. Vorsicht. Stark, pass auf den Prezi auf. Jaja, dann leg mich noch kurz hin. Mann, du bist ja hau doch mal ab, Junge. War noch deutsch. Ich komm mal zu dir rüber gekrochen. Musst ja wiederbelebt werden. Oh, unbedingt Platten, alter. Aufgrad gescheit. Die Zeit ist abgelaufen. Los! Ich krieg jetzt noch mal 7 Sekunden und ich krieg keinen Gegner. Ne, ne, ich hab noch cooler. Ach so, ok. Wenn jetzt in 7 Sekunden den Gegner kommt, dann komm ich frei. 1, 2, 1. So, das Gas kommt ja runter, scheiße. Ja, ja, ja. Entschuldigung. Entschuldigung. Boah, ist er ja gar nicht vom Schirm. Warte, da noch in aller Ruhe, ey. Wird waren ein richtig geiles Ding gerade, muss ich sagen. Ja. 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 Ich hab nur gehört, wie er gesagt hat, ach Digga hinter mir. Nee, das war, ach so, ja. Vielleicht war es ein anderer. Aber den, den ich meine, der hat die Anzugzeit auf mich aufgeguckt, der hat das eigentlich gesehen. Aber lässt mich halt hochkommen. Ja. Und dann knall ich ihn halt ab. Ja. 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 Ich will ihn nicht ausdenken. Ich will ihn nicht ausdenken. Wie gehen wir jetzt nochmal? Vorsicht, das Gebiet ist heiß. Feindliche Drohüberung, Gelegung in diesem Gebiet. Warum sind denn hier noch so Platten, Mann? Ich hab auch keine. Oh, Gelegung in diesem Gebiet. Oh, Gelegung in diesem Gebiet. Ich hab auch keine Platz, aber keine Platten. Oh, Lauter-Drop. Heut hoch. Lege vor. Aber nicht ein Lead Chaging. Du sagst, das ist aber richtig geil. Ne, 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 ne. schluss so eine wieder gegner hier marka belebung mit können wir gleich vielleicht machen die boppel sind echt schlecht ist auffälliger gemacht seine schießen auf mich aber relativ dumm bin jetzt über das auto doch gar nichts auf der seite erinnert der online auch das ist dann hier hoch hier die scheiße hat er ist hier drin im haus das wäre gut der musste noch mal ein lüge gehabt haben jetzt noch so eine tasche wir haben eh noch schnell zum shop gehen warte mal ich will mir ein bisschen geld ab warte ich mach ich hab geld ne ich hab so ich krieg ein anfall ich leg das ganze geld ab das ist nicht wieder in eigenen lüster schutz es ist gut dass wir das man kann ich sich holen da steht aber gerade angefangen das auto wäre vielleicht gar nicht so dumm ja das stimmt wir haben ziemlich weit ich hole noch eine drohne ja wir sollten das auto nehmen wir sind auf dem haus ich gehe in die zone rein schon quasi wir sind im auto drinnen fährt los können die brücke nehmen die anderen können wir die noch abfangen stimmt holen ich gehe raus die mani bag ist sie gut das war trotzdem also sieht erst mal ins bin ich auch shop ist ja noch was wollen wir eine drohne oder sowas genau gibt es ja auch gerne dass man wenn man bei den teilen die in taktik spüren so weit in der hand die hütte ist nicht schlecht würde ich mal sagen die tat relativ viel wir sollten aber nicht zu spät losgehen oder einer wieder geholt oder im shop bei dem team hat oder kann ich also kann tatsächlich hast du recht die müssen uns alle entgegenkommen links und hier noch hoch schon hoch da läuft nachdem hatte ich ja schon abgelegt hätte schlägt mich tot die schlägt mich einer tod ich würde nicht hinter uns kommen welche karte hilfe die kommen von rechts und dann wer von da wo man so blau hinguckt rechts von euch rechts von euch auf halte richtung geht alle wenn ihr troffen wird irgendwas wir müssen rumzeugen müssen so falsch was er macht er hat echt mit einer schocken und noch mal was er mit ein aufbaut aber die berge sind hinten sind ganz viele in der k.o. da drüben hat jemand kommt hinter uns kommt so noch aber ich habe mich jetzt hier in der tülle und sie wurden könnten die kommt hinter uns im letzten jahr hinter dem stein aber sowohl ich zu viel platte danke halten sich vor und so meine waffen wir haben das schreibt kommt wir müssen eigentlich wieder hier hoch da sind sie aber auch selbst dann kommt ich jetzt auch erst mal ganz in ruhe oh mit termit getroffen ich empfehle die sicherheitszone aufzusuchen nein da oben wartet er schon einholen